Wanzeninvasion in Österreich. Habt ihr in letzter Zeit auch so viele kleine grüne Käfer in eurer Wohnung? Das sind ziemlich sicher grüne Stinkwanzen. Sobald es kühler wird, suchen sie sich nämlich ein warmes Plätzchen, denn Temperaturen unter 10 Grad vertragen sie nicht. Kommt man den Stinkwanzen zu grob, versprühen sie zur Abwehr ein unangenehm riechendes Sekret. Doch wie wird man sie am besten los? Das Versprühen einer Mischung aus Essig, Wasser und Spülmittel oder auch andere stark riechende Essenzen wie Nelkenöl oder Ammoniak sollten die Wanzen beispielsweise fernhalten. Im Gegensatz zur gleichaussehenden grünen Reiswanze sind die Stinkwanzen allerdings harmlos. Die Ostafrika stammende grüne Reiswanze jedoch breitet sich gerade im Osten Österreichs rasant aus und befällt Obst und Gemüse, wodurch es ungenießbar wird. Die Schäden in der Landwirtschaft seien teilweise bereits groß. Leidest du auch aktuell unter einer Stinkwanzenplage? Schreib es uns in die Kommentare. Stinkwanzen mit Dahnauk ... Stink .... Angriff Untertitel Sony ...